Hallo Leute! Felix dabei! Ja, sie kauft sich jetzt einen Easy, und zwar den hier. Den habe ich mir ja auch zuerst gekauft. Und ja, dann denke ich mal, kauft sie den jetzt, oder? Oh, der ist so teuer. Okay. Name, Name, Name. Wollt ihr sie mal sehen? Nein, Spaß. Wir machen nämlich einen Videoanruf. Okay, ich habe nur einen Namen. Jetzt muss ich das nur noch finden. Übrigens denke ich mal, wenn ich es schaffe, es aufzunehmen, vielleicht kommt dann ein Hasenkauf. Hasenkauf, ja. Und zwar kauft nämlich eine Freundin von uns einen Hasen, und ein Freund von uns auch einen Hasen, weil deren Weibchen sind gestorben. Und jetzt holen sie sich aus dem Tierheim halt beide ein. Und vielleicht filme ich das ja, wenn ich das hinkriege. Vanilla Love oder Vanilla Dream? Vanilla Love! Ja! Ich habe Vanilla Time. Okay, ich muss jetzt noch was Love finden. Ich habe mir übrigens gleich auch ein Pferd. Also, ja, oder drei, zwei, keine Ahnung. Ich will mal kurz Pause, und dann sehen wir uns gleich wieder am Stall. Hi Leute! Hm? Da ist Feli. Oh mein Gott, süß, ne? Kommst du, Feli? Ja, bei mir jetzt irgendwie immer noch. Ah, da ist die Süße. Bei ihr heißt sie jetzt Vanilla Love. Vanilla Love. Und, ja. Wir werden jetzt uns zu den... Wie heißt sie nochmal? Die neuen? Uhlpferde. Wir werden uns jetzt zu den Urferden begeben. Und ich denke, ich kaufe noch einen. Ui, das ist ganz heiß. Ja. Ich kanns. Ihr kennt ja die Gehörigenarten schon von mir, meinen Videos. Ähm, ja, bis gleich. Hi Leute! Ja, wie ihr seht, stehen wir beim grünen Urferd. Sorry, dass alles ein bisschen schrecklich ist, aber es muss gleich in die Schule. Ähm, nein, es ist nicht morgens, sondern es ist abends und wir müssen auch für Karneval was machen. Und, falls man es hört, wird etwas krank. Ähm, ich finde den total süß. Besonders, wenn er nicht verwandelt ist. Ähm, so finde ich dann gut. Das geht. Und den pinken. Oh, ich finde den alle so süß. Ähm, ja, bekommen wir uns jetzt den grünen. Keine Ahnung, wie der heißen soll. Und, ja, ich weiß nicht, ob Veli sich jetzt auch eins kauft, aber das werden wir noch klären. Ähm, ja, ich kaufe mir den jetzt. Und dann bis gleich. So Leute, ich kaufe mir die jetzt und zwar heiß die Ghost Flower. Und kaufen. Ähm. Lüften wir uns zusammen. Mein Pferd, das ist nett. Wir sind. Nicht wundern, ich esse dabei. Da wir uns beeilen müssen. Ja. Ähm. Ähm. Ich bin bescheuert. Ähm. Ich werde jetzt noch keinen Druck da drauf tun, weil ich kann nicht so. Aha. Süßes Blatt. Wie man sieht, ähm, ist er voll dem Shire Horse. Es sieht irgendwie etwas creepy aus. Aber. Ist ganz süß. Und. Ich glaube, das ist der stressigste Angriff, den ich jemals gemacht habe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Du bist so laut, ey. I love you. Ich liebe dieses Vieh. Ops. Sorry für Vieh. Ich liebe dieses Pferd. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Pferd. Okay, doch. Ich zieh dem doch was an. Oh, Michel, ist das zu mir an? Oh mein Gott. Wo bist du? Ja, ich bin so laut. Ich stell mein Handy gleich auf leise. Wo bist du? Auf dem Cavalletti Reizdingens. Siehst du mich? Ja. Oh mein Gott, das ist so süß. So schön. Okay. Jetzt gehen wir Schritt. Es ist irgendwie voll vom Shire abgeguckt, oder? So ein bisschen. Ja. Das soll ja das Shire-Modell sein. Äh. Traben, Freundin. Fräulein Oberschlau. So. Ja, das sieht auch gut süß aus. Galoppieren. Supi. Noch schnelleren Galopp. Äh. Nicht noch schneller. So. So. Oh, ich liebe den Mittelgalopp. Der sieht voll Barbie-like aus irgendwie. Miuiu. Aber das sieht von hinten voll geil aus. Und zu. Und... Und... Und der Staubten sieht auch super süß aus. Puh. Dann noch einmal das Springen. Puh. Und noch langsamer und hoi. So, dann würde ich sagen... Steigen. Habt ihr auch gesehen. Und dann würde ich sagen, bis demnächst und ciao.